Eine Antwort. Im Mammon dienen oder Gott dienen? Gott! Ich war schon lange nicht mehr am Mikrofon, aber jetzt ist der Moment, wo ich eigentlich was sagen möchte. Und zwar in Bezug auf die Vorredner. Es ging hochrangig jetzt um die Familie. Ich möchte vielleicht ergänzend vorschlagen, im Internet sind wir ja alle geschickt unterwegs und wir brauchen bloß mal gucken nach dem Begriff Proclamation zur Familie. Also bleibt euch das gleich und schaut mal im Internet nach. Proclamation zur Familie. Am Ende dieser Proclamation ist ein deutlicher Hinweis, eine Warnung an die Nationen. Und da heißt es, die Zerstörung der Familie zieht den Untergang der Nationen nach sich. Das heißt letzten Endes, wer die Familie nicht schützt oder wer sie zerstört, sei es jetzt vom Staat her zu verantworten oder durch andere Gruppierungen, der bereitet eigentlich den eigenen Untergang vor. Also mein Volkbach, Proclamation zur Familie im Internet gucken und dann einmal vielleicht nachdenken über das, was dort steht. und dann rein Bezug auf alle Hellen Schw troisième weiter geht! Danke sch izquierd! Danke! Danke!